Ja, PointCab ist eine Software zur Verarbeitung von Punktwolkendaten. Dabei ist es unerheblich, ob die Punktwolken aus Drohnendaten kommen, aus Mobile Mapping-Systemen oder aus terrestrischen Laserscannern. Wir haben Kunden in allen Bereichen wie der Archäologie, wie der Vermessung in der Forensik und in verschiedenen anderen Bereichen. Wir liefern auch Punktwolkendaten an verschiedene CAD-Systeme und optimieren diesen Workflow für unsere Kunden. Was wir hier neu vorstellen, ist auf der Intergeo ein Plugin für AutoCAD, wo wir eine direkte Verbindung zwischen PointCab und AutoCAD herstellen. Des Weiteren stellen wir hier unseren neuen 3D Punktwolken-Viewer vor, als auch, dass wir in eine Kooperation mit Mageo-Slam eingegangen sind, wo wir unsere Software in deren Software integriert haben.